willkommen zurück zu let's play oxygen not included wir kriegen einen neuen duplikant hello so wen kriegen wir denn da wir können entweder den blanche den karl oder den kass hier holen mouth breather er kommt schon jetzt ist high iron gut er ist aber narkoleptik ok ich hätte gerne einen der hier gut beim sweepen ist construction der baute relativ fix level zwei alles architekten aber ich glaube level 4 architekt ist der hier ist schon echt gut construction digging medicine tingling er ist er ist sehr gut decke den ja ich nehme ihn weil er der stress vomiter ist aber dann nehmen wir ihn den blanche blanche of zero redeeming qualities people kommen den nehmen wir bums so und blanche deiner hauptaufgabe wird es sein blanche bild zu sweepen du wirst mir kochen nicht art nicht kompost maybe ich muss kompost bauen kompost ja research nein generate power im notfall harvest ja sweeten definitiv deliver definitiv dick nein gut und jetzt bauen wir uns gerade mal hier was habe ich komplett vergessen kompost hin das fehlt uns nämlich noch kompost dick machen wir hier mal kurz ich sollte erst hier was neues ja mal was neues unsere research ist ja complete wir haben einen bio desteller electrolyzer und water purifier okay der electrolyzer produces a steady supply of oxygen using piped in water das ding bauen wir uns jetzt erstmal irgendwo hin wo stellen wir das hin zum beispiel hier build in electrolyzer so jetzt brauchen wir da nur wasser das wasser haben wir nehmen wir hier natürlich schon weg das ist natürlich schlecht sind dahin zu stellen warte mal kurz cancel so ich würde dann eher den mal hier hinstellen oder hier dass wir da zwar noch wasser hinkriegen aber aber oder ich stelle ihn ich kann auch ein zweites wasser ding hier hinstellen ich glaube das ist besser für den und da dass da mehr wasser gepumpt wird dass der hier da und so und ja ihr wisst schon okay no research task selected also jetzt brauchen wir okay eins nach dem anderen okay open research erstmal ich hatte gesagt wir wollen gerne power regulation bauen gut und dann brauchen wir noch hier sanitation science kann ich nicht noch zwei wählen ne 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 research center idle open research sanitation science erst wir bauen erst glaube ich ihn sanitation science und dann überlegen wir uns was ist das hier oh cool cool generator geil okay power regulations zuerst und danach obwohl sanitation science ne wir bauen erst ihn okay erstmal ihn so insufficient oxygen generation nein okay wir sind schon dabei wir sind schon dabei also ich brauche wasser hier oben hätten wir noch wasser komm ich da irgendwie hin vernünftig wenn ich hier mal digge 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 ne komm wir machen es anders wir machen das anders ja ich will an dieses wasser um oxygen herzustellen das heißt wir gehen jetzt hin und holen uns hier eine leiter priorität sieben neun setzen wir später das war schon mal falsch denn wir wollen natürlich das hier nicht haben so dann dicken wir uns hier eine runde durch die gegend so und jetzt brauche ich hier erstmal eine ganze menge priorität neun so und so oder sagen wir anders ne jetzt kriegt die priorität acht acht weil neun neun gibt es nicht neun ist nur für die richtig wichtigen sachen priorität acht so let's go food shortage sollten eigentlich der hassan ist dabei die olive ist dabei das sollte eigentlich laufen ah skin increase olive has now athletics sieben sehr gut sehr sehr gut gut hier ist wasser supply delivered sandstone okay hier wird das fleißig gebaut okay jetzt müssen wir kurz gucken warum wird jetzt hier nicht gebaut wer kann bauen jobs digging digging ist howard wo ist howard ist aber auch combat harvest sweep build deliver okay howard wo bist du gerade howard research habe ich dir research gegeben howard du darfst nicht researchen okay mein meiner guck mal was howard macht research center island ja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß okay howard magst du mal dich an die arbeit machen das wäre echt nett von dir ich brauche dich weil insufficient oxygen und so wieso ist das nicht immer noch nicht angeschlossen alter kannst alter priorize hier neun mach da mal hin ich hab keine algen mehr scheiße 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 ich muss da hoch come on weil ich will dem nicht priorität neun geben weil dann habe ich keine energie mehr dann ist energie aus dann ist lustig lustig mit schluss mit energie ich könnte natürlich auch hier in wasserpumpe reinstellen und dann hier oxygen produzieren lassen das wird ja auch gehen warum nicht so also wir machen hier erstmal ein wasserpumpe rein plumbing liquid pump die stellen wir einfach hier hin so die braucht energie energie power electric wire so jetzt muss ich nochmal kurz hier mal cancel 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 nochmal electric wire so ist auch blöd warte mal cancel wenn ich mich entscheiden könnte oh ich sollte mal die zeit starten das hilft meistens dann sehe ich wie lange die folge ist so so weg also wollen hier wieder die plumbing liquid pump haben und wir wollen wo ist das oxygen electrolyzer er soll dahin der electrolyzer kriegt eine hohe priorität von 8 8 8 8 8 so dann brauchen wir strom und wasser also einmal die plumbing liquid pipe von da kann ich jetzt nicht liquid pipe bridge genau auto rotate kann ich so nicht bauen warum nicht geht so nicht okay aber ich das nicht bauen kann ist scheiße ich kann nur in die richtung ich kann nur in die richtung scheibenkleister dann machen wir es anders dann setzen wir jetzt bin ich durcheinander scheiße cancel 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 so das heißt das ding hier cancel das ding hier kommt dahin wo ist der oxygen electrolyzer bombs kommt dahin dann machen wir hier wieder plumbing fangen wir damit an wir nehmen unsere liquid pump die kommt dahin liquid so und dann brauchen wir noch strom power electric wire so das hier ist dann der oxygen der electrolyzer okay gut was haben wir hier eigentlich noch wie fein mit bio destiller konvert slimy to algae das müssen wir bald machen und water purifier oh ja da müssen wir auch bald ran okay heißt erstmal das hier bauen das hier können wir eigentlich erstmal naja ist eigentlich nicht schlecht wenn wir da auch rangehen okay aber ich muss auch jeden fall hier auch richtung schleim das ist auch eine aufgabe für die nächsten paar minütchen gut äh priorisieren auf 8 das hier das hier das hier gut das wasser klauen wir da jetzt habe ich da unten natürlich noch kein strom reingebaut richtig power electric wire genau hier fehlt noch der strom gut gut jetzt muss ich noch gucken wie kriege ich jetzt mehr power battery wire die power switch wire bridge ach die wire bridge haben wir ja noch gar nicht passt schon okay gut dann kriegen wir hier mehr oxygen und sind nicht mehr so von den algen abhängig ich brauche jetzt trotzdem algen indem ich mich hier zum schleim hin baue so horatio ist da ganz fleißig hier fehlt algen weil wir keine algen mehr haben scheiße habe ich noch irgendwo wo ich eigener power kann dafür da ein bisschen ich brauche etwas hier sind noch algen hier ist aber auch carbon dioxide algen sind da wo wasser ist hier sind noch ein paar algen dann sollte ich da schnell mal hin ok ich habe wieder nicht genug dinger gebaut scheibenkleister ey ok energie ist aus und schon haben wir keine energie mehr scheiße ey jetzt geht es so langsam vor die hunde es geht so langsam vor die hunde scheibenkleister ey wie sieht es hier eigentlich aus initial growth 5 cycles regrowth 2.5 cycles oh god ok 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 es wird immer lustiger hier gar nicht gut gar nicht gar nicht gut ok go play gut die machen sich hier ran wir haben glücklicherweise wieder genug essen das ist schon mal wieder in order das wird auch hier fleißig gemacht ok heißt dann haben wir das oxygen prolin gelöst erst mal wir sind nicht mehr so auf algen angewiesen ich würde trotzdem gerne schleim in algen verarbeiten das dauert aber noch ein bisschen bis wir da sind jetzt brauchen wir mehr energie wir können mit dem research sind wir hier dann bei sanitation sciences ok power regulation ok also ich muss auf jeden fall richtung power regulations bald mal gehen sonst wird das keiner mehr oi 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 ok jetzt gucken wir mal kurz in die reports rein minus 33 kilogramm hier food nicht gut stress change naja jetzt würde ich gerne mal kurz priorisieren was ist das hier ist schon auf 7 das ist auf 8 das auf 9 das auf 7 ich würde gerne hier mal das auf 8 setzen und das hier auch dass ich wieder genug bettenkriege meine güte skill increase ist ja wir haben keine algen mehr wir haben keine algen mehr wir haben keine algen mehr scheibenkleister wo kriege ich noch algen her wo sind hier noch algen die ich abbauen kann tatsächlich nur hier die hier okay dann ist das jetzt mal priorisierung 9 aber nur auf dick priorisierung 9 hier nein dick prioris 9 ok prioris 9 auf dass wir mehr algen kriegen sonst sind wir relativ fix tot aber ganz ganz fix da wird wasser abgeholt ja mein stresslevel ist hier sowieso im eimer so intermediate research ok wie sieht es bei research aus jetzt jetzt fehlen noch drei punkte bei sanitation science und hier power regulation sieht gut aus ok die algen die algen die algen da sind da ist noch ein haufen algen die muss man schnappen können jetzt lassen wir die erstmal hochgraben jetzt lassen wir die erstmal da hochgraben und dann schauen weiter also mit der kohle hier wir hatten noch hier irgendwo kohle als brennstoff oder habe ich momentan kohle ich habe 2000 kg kohle da muss ich die energieproduktion auf jeden fall bald mal auf kohle umstellen das ist dann die nächste stufe hier insuffizient resources ja ich weiß i'll get the oxidizer ich weiß no more resources no more oxygen sieht es aus in sachen oxygen scheiße 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 ähm kann ich da gleich mal die ok das sieht ja die koddy machen da hin die machen da hin dass sie da hinkommen aber halt der floyd floyd komm schaffst das äh wir weg damit nein floyd kann sich jetzt nicht da ausruhen äh ausruhen gibt es jetzt nicht 48% stress howard howard wo bist du howard was machst du interrupted sleep das ist schlecht was ist bei dir los was hast du denn für ein problem the spore the dupli sporking fungal pot affected by standing in toxic area toxic area wo wo ist hier toxic area oxygen oh shit nein oh oh so wie oh oh oxygen air deodorizer den brauche ich sanitation science research das mache ich doch gerade oder sanitation air deodorizer den brauche ich dringend oh gott den brauche ich sehr sehr dringend oh shit oh shit oh shit das ist nicht gut das ist nicht gut das ist gar nicht gut es geht vor die hunde ich brauche dringend hier einen reiniger den ich noch nicht komm junge mach mal hin mach hin research mir das research center idle ich weiß aber oh man jetzt so langsam merkt man warum dieses spiel schwer sein soll ihr darfst mal ein bisschen sweepen ich brauche die algen vielen dank für die blümen und die algen und so weiter weißt du oh man oh man das nicht gut das nicht gut bottled water so wir haben hier algen das ist schon mal gut insufficient oxygen ja ich weiß oh wir haben wieder algen okay jetzt können wir wenigstens wieder jetzt muss ich den deodorizer da hinkriegen ähm jetzt muss ich aber dringendst priorize hier priorisieren wieso ist das nicht auf 9 das ist schlecht so so 9 das hier badder ich auch auf 9 hoch ist mir jetzt egal so man 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 come on mach mal hinne und dann soll er hier zusehen dass er damit durchkommt okay insufficient oxygen wo habe ich hier kohle ich habe doch hier irgendwo kohle gesehen oder kohle da haben wir hier kohle dann kann ich mir damit bald mal den power generator bauen das wäre doch schon mal gut wie sieht es aus bei research komm einen punkt noch dann können wir bei power regulation weitermachen und dann die combustion und dann bin ich glücklich stress level ähm wo ist howard jetzt eigentlich gerade howard interrupted sleep okay howard ich glaube du darfst jetzt mal hier hin come on howard lass dich mal kneten floyd ist da noch fleißig okay gas muss auf die toilette das стро wenigstens energie läuft die essens produktion läuft auch das ist gut oh die liquid conduct sehr gut kom mach mal hin dass wir hier ich brauche das hier dringend Oh Mann ey Ja, 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 genau das müsst ihr fertig machen Genau da müsst ihr ran Genau so sieht das aus So Haha Okay, ich kann hier oben auch bald hin Das ist gut Dann kann ich nämlich hier oben auch nochmal Die Wasserpumpe ransetzen Dass ich hier weitermachen kann Die Wires sind auch fertig Jawohl, okay No Liquid Output Come on, mach den Liquid Output da fertig Hab ich den noch nicht priorisiert Priorize Neun So Output fertig machen Hopp galopp Mach den Output da fertig Come on Na also Es geht doch Ha Okay Das sieht gut aus Research Center Idle Jawohl Okay Combat Was Combat Wo Floyd Bring ihn um Bring ihn um Warum ist da Stopp Käthe Ähm Ich muss da mal kurz Äh Tile Dahin bauen Mit hoher Priorität Äh 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 Priorize Neun Go Und das hier können wir erstmal Canceln Floyd Floyd bring ihn um Bring ihn um Gut Jetzt läuft hier das Wasser hin Ja geil Scheiße Mach das Ding zu Mach das Ding zu Howard Come on Delivered Nein Oh shit Mir läuft hier alles runter Okay Ja gut Dann kann ich da das Ding hinstellen Hä 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 Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Frau Schmidt Ja Ich würde sagen Wir machen jetzt eine kleine Pause Und dann sehen wir weiter Bye Let's play Hä 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 Ja Bei diesem Let's play hier Mit unserem Wasserproblem hier Das wir hier ja leider haben Ja Hat mich gefreut Dass ihr eingeschaltet habt Würde mich noch mehr freuen Wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet Bis dahin Ciao Ciao